So, wir gehen heute wieder in die Disco. Also wir gehen eigentlich nicht in die Disco, aber wir spielen Disco Elysium. Gut, dann brauche ich erstmal wieder einen Überblick. Man kennt das. Was haben wir gemacht? Öffnen den Müllcontainer haben wir noch nicht gemacht. Ja, der Manager Gart müsste einen Schlüssel haben. Da können wir eigentlich mal gucken. Ich wollte aber eigentlich... Äh, wo wollen wir das denn? Ich finde tatsächlich gerade... Ah doch, das war doch das hier, oder? Wo ist der Rest der Rüstung? Geht zu den Hafentor... Ja genau, die fröhlichen Mesken nach der Rüstung voran. Bei den Hafentoren. Also die zwei Herren waren es nicht, der war es auch nicht. Und ich weiß nicht, ob das hier überhaupt die Hafentore sind. Schauen wir uns mal um. Vielleicht ist das auch irgendwo hier draußen. Hilfst du? Die Garten haben. Die Garten haben. Ähm, erstmal nicht, bevor wir uns hier wieder irgendwie in Gespräche verfangen. Geht erstmal hier rein. Weil ich wollte ja auch einen Schlüssel für den Müllcontainer. Oh, die Küche ist offen. Bist du Gart? Ja. Genau, du warst das. Okay. Jetzt zieht deine Augenbraue hoch. Gehört der Müllcontainer hinten im Hof ihnen? Hm. Stating the obvious. Klassiker. Ich dachte so viel. Und bist du die einzige Partie, mit Zugang zu den Trashkontainern? Na ja, ja. Wir und die Garbage-Disposal-Kompany. Es scheint ein bisschen kallisch, nicht wahr? Etwas stirbt in dir. Was ist das nur für ein Gefühl? Nein, auf keinen Fall. In mir rührt sich gar nichts und es ist auch nicht hartherzig, sondern gesunder Menschenverstand. Okay, was ist das nur für ein Gefühl? Okay. Was, wenn ich ihnen sage, dass ich ein Vagabund bin oder bald einer sein und durch genau diesen Müll wühlen werde? Werden sie mir den Zugang auch verwehren? Weil die Antwortmöglichkeiten sind große Klasse. Wirkt das nicht hartherzig auf sie, selbst ihre Essensreste von den Armen wegzuschließen? Wir brauchen diesen Schlüssel. Ich nehme das erste, weil ich finde es einfach nur witzig. Aber ich brauche diese Essensreste zum Überleben. Gute Entscheidung, meine Rede. Lehre einen Mann zu fischen. Okay, ich brauche sie zum Überleben. Sir, I'm sorry the RCM is having financial trouble, but it's not this establishment problem. Okay, ähm... Okay, gehen wir mal auf Mitgefühl, vielleicht hat er ja welches. Kalas? Was bist du? Krass Mazov? Almost all Establishments in Revachol keep their trash locked. The whirling in rags is not special in that regard. Okay, dann... Wohl, wir brauchen diesen Schlüssel. Das ging jetzt irgendwie doch einfacher als gedacht. Okay. Okay. Hier sind noch einige Möglichkeiten, die ich auswählen kann, aber ich mache jetzt erstmal eine Sache fertig. Bevor ich hier wieder sidetracked bin. Das geht so schnell hier, weil man einfach so viele Möglichkeiten hat. Ich denke mal die Ausgänge sind auch sehr sehr unterschiedlich. Ist ja auch die Frage, wie man sich als Cop gibt. Gut, dann öffnen wir das Ding mal, ne? Du öffnest das Vorhängeschloss mit dem Schlüssel. Obwohl? Mh, oder? Hoboकops? Hobocop. Hatte ich gerade eine Eingebung, dass da etwas drin ist? Du öffnest den Deckel oder ein andermal vielleicht. Wir sind Hobocop. Komm, wir machen ihn auf. Organic Waste. Wir sind gerade in Zeit. Das hat nicht mehr als eine Woche geöffnet. Wahrscheinlich sogar mehr als eine Woche. Okay, du werfst einen Blick unter die Kartons. Du stocherst in den Lumpen herum. Du durchsuchst die Essensreste. Du durchhüllst den Container im Stil eines echten Vagabullen nach zusätzlichem Inhalt. Oder du schließt den Deckel. Vagabulle. Ja. Was ist ein Nock? Ja. 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 Ich bin ein Hi-Fi-Freak. Fast schon zu schade. Ein grausamer Scherz. Irgendetwas muss doch zu holen sein. Oder ich wusste es. Wir spinnen das noch ein bisschen weiter. Ist das eine Antiquität? Du nimmst die Tasse. Der Lieutenant wirft einen flüchtigen Blick auf die Tasse, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder dem Müll widmet. Gut, dann gucken wir jetzt mal unter die Gattungs. Was macht er in seiner Freizeit? Okay, dann stacheln wir jetzt noch in den Lumpen herum. Oh, greifen wir mal danach. Na, wenn das mal nicht die Hose von dem Leichnam ist. Wenn das so ist, frage ich mich, warum sie die Schuhe dran gelassen haben. Der Lieutenant zieht einen schwarzen Plastikbeutel mit der Aufschrift Beweismaterial aus seiner Tasche. Du steckst die Hose in die Tüte. Er wirft einen Blick in den Container. Das ist es. Siehst du nichts anderes in da? Ich habe hier noch ein anderes Brot. Okay, greifen wir danach. Oh Gott, stecken wir das auch noch in die Tüte. Ich glaube, das war alles. Okay, wir sollten wieder nach Gatt gehen und fragen, ob er weiß, wer die Hose in die Tüte setzt. Es könnte so einfach sein, als jemand aus der Hostel in der Tüte. Oder dieser. Er teute mit einem Nicken auf den rothaarigen Jungen hinter sich. Ja. Ja, wir müssen die Kinder fragen, wer sie dort hineingeworfen hat. Meinen sie, dass vielleicht jemand aus dem Whirling in die Sache verwickelt sein könnte? Joa, also fragen wir einfach die Kinder. Ja, 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 okay. Wir müssen das Zweite noch. Okay. Ja, komm, dann gucken wir uns die Essensreste jetzt auch noch an. Oh, what's this? Was? Oh, ziehen wir es raus. Oh. Woher will er das wissen? Also, Handschriften sind sehr individuell. Papierwerk? Nein, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, was das ist. Am Brett klebt ein Blatt Papier in erbärmlichem Zustand. Nun, was haben wir denn dazu auch so? Vermutlich hat es mir den Stil verhunzt. Das Ganze hat etwas Unheilvolles an sich. Vielleicht musste ich das Fallbuch verlieren, damit das große Blutvergießen beginnen kann? Ich denke, ich wollte kein Polizist mehr sein, also habe ich das weggeworfen. Vielleicht hat irgendwer aus dem Whirling es in den Müll geworfen. Ich weiß es nicht. Ich bin langweilig. Ich würde gerade lieber nicht darüber reden. Ich nehme das Zweite. Ich pflege mich, dieser Sprache zu bedienen. Du wirst doch auch so thorough Inventories. Du solltest den Stolz von deinen Noten nehmen. Sicher, dass es alles ist. Die offizielle Noten haben Informationsnamen. Wenn es ein paar davon fallen, hat es in die Hand der Arsiener Angelegenheit gefallen. Der Blut lässt mich gut entzündigen. Okay, das mache ich. Oder wir sagen nichts. Oder ich weiß nicht, Mann, das klingt wie ein Befehl. Und Befehle befolge ich nicht. Okay, komm. Wir machen das mal. Meine Egel-Eyes. Ich finde es toll, dass ich immer noch Tutorials kriege, weil ich einfach so all over the place mit diesem Spiel bin. Okay, jetzt machen wir den Deckel zu. Die Container-Sounds haben geflogen. Boing. Das ist eine Sache auf der Leiste. Ich glaube, wir haben es alles. Okay. Nein, wir machen den jetzt nicht nochmal auf. Gut. Dann schauen wir mal kurz hier in unser Täschchen. Wie komme ich denn da nochmal drauf? Ah. Ah, die gelbe Mantasse. Okay. Und das Fallbuch. Interagieren. Oh. Okay. Ist sonst noch was dran? There's a piece of toilet paper. Or is it a cleaning tissue? No, it's toilet paper. Desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. Oh mein Gott. It's a metaphor for you. Oh. 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 Du begutachtest das Toilettenpapier. Das wäre ja dann nicht. Du untersuchst die Klammer. Du blätterst durch die weißen Papiere. Du blätterst durch die gelben Papiere. Du siehst das Klemmbräder. Und du riechst am Fallbuch. Wir riechen mal dran. Du ziehst es ab. Du lässt es kleben statt ja keinem. Vielleicht ist es Küchenpapier. Das sieht ja genau gleich aus. Wir ziehen es ab. Yes. Das haben wir gut gemacht. Richtig guter Job. Toilettenpapier vom Klemmbrett abgezogen. Du untersuchst die Klammer. Und du fährst mit dem Finger über das Aluminium. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular. Sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. Lieutenant, ist dies eines der Hologrammwasserzeichen, die Sie erwähnt haben? Du zeigst auf den Aufkleber. What? Yes. Allogen-Watermark. Used for adding information to RCM property. Aha. Interessant. Welche Art von Information? Wie kann ich es lesen? Wie zum Beispiel? Mhm. Aber ich stehe draußen. Wo soll ich denn da das Licht anschalten? Gut, das ist alles. Erkehr zu sein. Ordentlich geführte Notizen zurück. Ja, reibt es mir noch unter die Nase. Okay, schauen wir uns das Klemmbrett zuerst mal an. Es ist aus dark blue Plastik. Es ist hart genug, um jemanden zu Submissionen zu machen. Die Ecken sind rundherum. However, the U4 size board feels thick and heavy in your hair. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters. RCM. Was war die Farbe noch gleich? Du schüttelst das Fallbuch und zurück zum Rest dieses Papiersalats. Okay, du schüttelst das Fallbuch. Something rattles inside. Ever so lightly. Is there a hidden compartment? Du spätst hinein. The plastic shimmers like lapis lazuli. But it is not see-through. You cannot see to its center. Hm, schade. Okay, was war die Farbe noch gleich? Blue. 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 The blue heart. Don't look into it. Ah, shit. Gut, wie kann ich es öffnen? With your hands, you four sized pages hang from the clip screwed to the top of the board. Was kann ich denn hier in Mechanik? Uh, 42% könnte funktionieren. Ich probier's mal. Oh. Oh. Okay, du schiebst das Fach auf. Moment, irgendwie will ich nicht. Scheiße, nein. Du steckst das Fach hoch wieder ein. Ähm, okay, wir schieben es auf. Without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now open. Okay, was ist drin? Two ticket stubs and a handmaid postcard. Uh. Okay. Bring die Fertur auf. Oh man. Okay, wir nehmen die entwerteten Tickets. Two octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachon East. Oh, wie schön. The aquarium costs extra. These let you go there too. Schön, aber leider sind die Tickets ja schon entwertet. Ähm. Okay. Nehmen wir direkt die Postkarte. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. Du riechst zuerst daran. Oh. Das ist schon sehr ausgefallen. Du öffnest sie. Mhm. Aber sie wird mich glücklich machen. Lest weiter. Komm, wir lesen weiter. Der Hand shakes, holding the card. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42 and walk back to you. Do you listen to it? You, you, every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul. And I will always, always, always come back to it. And continue. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. What is happening? You feel the ledger slip from your hand. What? No, no, hold on. Okay, du entscheidest dich fürs Festhalten oder du fällst zur Seite? Ich entscheide mich fürs Festhalten. To what? There is nothing. Detective, is everything alright? Okay, du fällst zur Seite? Was ist passiert? Und was ist das? Bin ich gestorben? Okay, warten wir mal, was jetzt kommt. Okay? Nichts? Okay, du liegst einfach da ohnmächtig. Wer ist da? Und wer war das? Ja, genau, das ist es. Oh, Slimey habe ich vergessen, sorry. Ja, genau, das ist es. Nein, mich hat das kalt gelassen. Es lässt mich kalt. Okay, komm, es lässt mich kalt. War das dieser Ex-Jemand? Die? Wo ist die Voyager Road? Genug, du liegst einfach da bewegungslos. Okay, war das dieser Ex-Jemand? Nein, es war etwas Schönes. Okay, wo ist die Voyager Road? Okay. Okay, du liegst einfach da bewegungslos. Ich komme nicht zurück. Was ist das? Es ist kalt. Okay, wo bin ich? Der Lieutenant hält dir eine kleine Flasche im Mund. Du trinkst. Okay, ich trinke. Na, Gott sei Dank. Was ist passiert? Okay, das gleiche könnte ich Sie fragen. Ich bin mit den abgebrannten Ruinen der Vergangenheit in Kontakt gekommen, Lieutenant. Ich war dehydriert, kommt nicht wieder vor. Ich... Scheiß drauf. Du machst dich daran, aus dem Motorwagen zu klettern. Den war das Erste. Du lest deine Arbeit, dann bist du weggebracht. Ich habe dich in Maikinema, um dich zu einem Krankenhaus zu nehmen. Dann kamst du auch. Okay, wie lange war ich weg? 10 Minuten vielleicht. Oh. Okay. Ja, nehmen wir das zweite. Das ist manchmal passiert. Das ist manchmal passiert. Ich meine, ja, aber... Wow, was für ein Trip. Okay, er gibt dir die Überreste des Fallbuchs. Du hast es verlassen. Sind Sie okay, zu gehen? Okay, lösen wir diesen Fall. Gut. Wieder Willenskraft gewonnen. Ja, krass. Okay. Ich sehe auch gerade, ich habe immer noch die Bierflasche in der Hand. Gucken wir mal kurz rein. Okay, jetzt habe ich das links in der Hand und rechts die Bierflasche. Ich finde, so kann man rumlaufen. Auf jeden Fall. Können auch wieder gelben Plastiktüte rumlaufen. Das hat sogar irgendwie noch was, noch mehr von Hobocop. All right. Gegenstände. Das ist das Foto von den Tattoos und das ist die Tasse. Okay, was haben wir hier jetzt? Also es wird einfach nicht weniger. Es werden immer mehr Aufgaben. Ich habe die Kleidung in den Müll geworfen. Okay, lies die Wasserzeichen. Und? Haben wir was Neues gekriegt? Oh ja, weiße Trauer. Ich sehe es gerade. Okay, vorübergehender Forschungsbonus. Minus 1 Autorität. Oh, der kleine Mann entfernt sich immer weiter. Forschungszeit 5 Stunden. Problem. Du siehst von oben auf dich herab. Du bist ohnmächtig und liegst auf den blauen Kacheln des Hostelzimmers. Selbst auf die Entfernung kannst du sehen, wie deine Augenlider zucken. Was wurde gerade gesagt? Ein großes weißes Objekt, das einen süßen Geruch absondert. Wie Maiglöckchen. Der kleine Mann hat den Namen dafür vergessen, aber an das Gefühl erinnert er sich noch. Schau mal, er bewegt sich. Das Gefühl lässt ihn aufleben. Instinktiv greift er nach dem besten Freund des Gefühls. Einer Flasche Commodore Red. Er zieht seine Disco-Klamotten an und schrumpft immer mehr. Lösung. Ach, das ist der Vagabulle. Okay. Sonst habe ich... Ne, Moment, ich wollte eigentlich... Ah, ich muss erst das Problem natürlich verändern. Okay. Okay, machen wir jetzt. Gehen wir in die weiße Trauer. Mal gucken, ob wir das dann auch herkriegen. Aber hier mache ich dann beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich, wenn ihr zugesehen habt. Lasst mir einfach was da, wenn ihr wollt. Könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Wenn es euch Spaß macht. Guckt euch auch meine anderen Sachen an. Und jetzt hat er auch gerade alles in die Tasche gesteckt, habe ich gesehen. Und sobald ich loslaufe, holt er es aus. Okay, anyway. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.